Wir wollten einfach von Belastung aufteilen, dass alle 45 Minuten spielen. Das erste Testspiel gegen einen richtig guten Gegner, dass wir ein bisschen Belastung aufteilen. Wir wollten einfach sehen, dass unsere Prinzipien schon jeder in sich hat. Und das war Gott sei Dank zu sehen. Es waren auch ein paar Sachen, die nicht so gut waren. Wir waren sehr bissig vor dem ersten Halbzeit in Zweikämpfen, haben wir viele Umschaltmomente gehabt. Wir haben leider kein Tor gemacht, aber es war schon einiges richtig gut fürs erste Mal. Es war gut zu sehen, dass wir jetzt schon diese guten Tempo hochhalten können und lange hochhalten können. Das war schon wichtig. Dann war es auch wichtig zu sehen, dass die Jungs das erste Mal zusammen so gespielt haben, dass man über Gleiche spricht. Dass die schon auch ein paar Mal auf Gegner reagiert haben, wenn die was verändert haben. Schon ohne, dass wir von draußen viel machen mussten. Das ist schon wichtig. Am Ende hat es nur noch ein Tor gefehlt, dass wir dieses Spiel zumindest nicht verlieren.